BAUNCH! Gehst du den Mannert? Nice! Jo, hab ich cool! Nice! Aber kann ich hier echt runterfallen? Nein, bitte tun sie das nicht. Oh, hier waren Explosives. Hm. Hier ist noch ein Heil dran, kannst dich voll machen. Und ich hab vielleicht den jetzt auch voll. Noch ein Heil dran. Und noch mehr Pfeile. Nice, bin auf 150. Ich hab ein Buggy-Typen gefunden. Du hast Pfeile voll, sass da? Jo. So. Ich treffe mich. Ich fresse deine Augen. Ich will meine Augen ins Gefühl. Sag doch auch mal was. Mhm. Ich versuch gegen diesen Lag anzukämpfen. Und zu checken was vor sich geht. Ein Schilte ist ja nirgends wo mir riecht. Ich geb dir meins. Ah ne. Ich brauch wenigens Kaputtes. Da oben kommen jetzt glaube ich welche. Fällt doch nicht hier. Oh, ist so gruselig. Wann ich mal Feuer feiern? Wie? Wie, was? Das geht nicht. Weiß nicht. Aber ich hab schon Stimmen gehört. Okay, wir gehen so weit vor wie geht. Damit wir keiden können. Da kommen sie. Oh Gott, ist das gruselig. You guys. Oh. Leute, ich hol ihn. Moment, Moment. Oh Gott. Oh Gott. Toll, Dankeschön, du hast ihn gepackt. Es sind zwei. Der war schon ganz Zeit gepackt. Der ist ja. Den richten wir. Oh Gott, der kommt lang gelaufen. Ich nehm den anderen. Ich bete, dass er nicht aus der Buggy neust kommt. Er ist down. Der hat zwei Waffen gelockt. Berserker. Ich guck mal, ob da oben was gedroppt wird. Ja. Ja. Meinst du jetzt geht das an? Ja. Der muss weiter. Wie kann ich denn hier bespacken? Oh mein Gott. Der auf so rum zu spacken. Ich spack hier gar nicht. Ne, ich, ich hab mit Kellogg geredet. Dem, dem alten Spockerle. Ich guck mal, ich bitte mit Kellogg sprechen. Hallo Kellogg. Mach mal, hau mal gehen. Kaputt, komm ja. Hm. Ist ihn vielleicht da irgendwie durchgekommen. Bei da ein Tor. Hier ist ein Tor. gut, jetzt werden wir wohl nicht lösen da unten vielleicht haben wir es gerade eben gelöst ach, und was haben wir schönes gekriegt? ne traf Brügel ok, wir haben die Brügel mit großer Vorsicht überzunehmen ach wie, das sieht stabil aus oh man ich ahne schon, Spiegel und eine Totenbotschaft alles, darauf könnte ich jetzt kommen wir oh, ich sehe Spinnenweben Sprengstoff sehe ich oh, schieß mal gegen oh, hier läuft was rein oh Gott, unser Wissen wurde aktualisiert ich war die Geliebte des Sohnes des großen Königs von Dalfet man sagte, unser Sieg über Carla Moore stehe kurz bevor der Krieg, der Jahrzehnte in Dauer hatte, sei fast vorbei, sagte man der Prinz hatte versprochen, er würde sich nach Kriegsende von seiner Frau trennen und mich heiraten das hätte die Waschweiber auf dem Markt zum Schweigen gebracht oh Gott, die Lechte rät sich, das tut mir jetzt leid was ist denn das für eine Funktion, warum wird so was reinprogrammiert cool, wie du hast ein Rätsel gelösen gelösen ähm ich habe auf etwas Explosives geschossen, Cooler das Rätsel ist gelösen wir haben 6 von 6 Geheimbereichen gelöst wir haben einen Inventarwaffenslot, was ist das? was ist denn die Inventarwaffe? meinst du, jetzt kann man ähm 2 Waffe haben? vielleicht können wir jetzt auch 5 Spells haben das hat ein bisschen so geklungen, als wolltest du dich darüber lustig machen ne, ich wollte damit sagen, das wäre auch cool ich brauche auch Mana ich brauche Mana boah, wir haben alle geilen Bereich gefunden, you guys okay, was ist, das klingt sick ich, 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 ich bitte helf mir ach, ich wusste es den Mann ist nicht zu retten wie lange die hier immer überleben, ne? hier unten also vielleicht wenn wir um die Ecke kommen kommen Wurm durch die Wand was zur Hölle? ich weiß da ist da schon ich habe sowas Futterzeit Futterzeit hast du voll? ja mir fehlt es ja noch ein bisschen, aber ich werde das nutzen ja auch noch ein ganz bisschen nutze es in DaiFan kann man vielleicht auch was kaufen oder das ist glaube ich immer noch nur so ein Wunschdenken von uns oh, guck mal da unten habe ich einen guten Spott ausgemacht das sind gute Sachen für uns ähm da kommen wir sicherlich auch noch hin sowas finde ich cool so ein Open World äh, inni vielleicht heben wir uns die auf, dann können wir zurück solange kein Tor kommt Zwicka boah, ich bin so ein Sniper like that Sniper rückballern drüber haut hier in der Gegend rum oh ein Skillpoint ne doch nicht ein Rätsel ich fülle mich kurz auf bestimmt gut viele Fläschchen zu benutzen dann kriegt man wahrscheinlich noch eins so ich mischte DaiFan Toady, ja Toady Tosca kommt auch gleich bitte helf mir oh, hi nice, cool danken sie mir nicht danken sie meinen Bogen ich dachte ich sei tot tja die Spätblaster wir haben sowas wie Explosivpfeile mit verzögerten Explosionen oh, das schlecht nicht mal in Deckung nicht mal in Deckung das soll uns scheinbar ein ein Hinweis das ist der Hinweis Kämpfer auf ihre Posten Explosivpfeile als hätte ich es geahnt wie kann ich es tüten wenn ich es kaum verletzen oh Sniper ist fast down ein Sniper ist down Sniper down oh hast vielleicht nen guten Schild gefunden 126 was hast du für an? 149 das höchste was ich hier jetzt finde ist 149 150 ist hier willst du meinen 300 da? bitte sehr ein neuer Schild haha true ich hör doch was meine Potions dass ich mach die anderen fertig oh die kommen die kommen oh holly shit Die stürmen Einer down Einer down Noch einer down Drei down Awesome Der Mann ist history Guck mal alle erwischt ohne Stilkoppel Oh hier ein 300er Nein ich nehme meinen 255 Stilkoppel Ich fühle mich schon sicherer Hier wieder bis vorhin die Binärgrenze gestoßen Okay ist mein 300er? Warte ich Ne ich habe irgendwie das crappy Ding bekommen ja Gab es hier irgendwo Waffenständer? Mein Ding ist nämlich nicht mehr Magic Okay ich habe 300 Mein alter Schild war nämlich schon etwas angekratzt you guys Boah die haben wir eben gelegt Einfach awesome ja Der ist down Der ist down Wenn wir es hier erfahren Oder wird A guide to history von Heidegger Winsker uns da helfen Oder ein Gargoyle Ach das ist komisch Festhalten Ich versuche es mit Feuer Das hat schon mal funktioniert Wo ist denn hier Feuer gewesen? Ich triggere doch jetzt schon wieder was Ich triggere doch jetzt schon wieder was Das Feuer will nicht an meinen Bogen Skrubel Ich habe es getroffen Keine Frau wieder Ach man musste sprengen Oh 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 Gehts Gübel Weiter gehts Ich pack noch ein bisschen rum Keuter Kein Problem Oh Oh nice haha ich schieße ihm das schild weg zu bekommen ok das war ein super small encounter ich hole mir eine mana passion nice so wieder voll sonst ist da nichts wikin tote message rein ich kriege eine message rein könnte den hund vielleicht näher ans telefon ich empfange schwingungen metadronen Ich war eine Bäuerin in Dalfert. Als der Tyrann von Kalamur die Stadt erneut angriff, brachte der große König uns hierher in die Höhlen. Die Nachrichten wären hier von den Tyrannen sicher. Sie sagten, der Tyrann sei mit den Delmonen im Bunde. Dass er ihnen seine eigene Frau geopfert hat, ihnen sein Volk zur Nahrung gibt. Ich betete und betete zu den Göttern und sie haben meine Gebete erhört. Meine Kinder und ich wurden von den Soldaten Kalamur ermordet und nicht den Grausamen Delmonen geopfert. Oh, das war ein super-awesome Gebet. Ich stelle dir immer vor, was passiert wäre, wenn sie sich gewünscht hätte, gar nicht getötet zu werden. Proof. Nice job, Scrubs. Da wäre das Raufzweil-Continuum. Explodiert. Kollabiert. Implodiert. Überall ist es nicht. Oh, ist das? Ja. Oh, und 400. Ein Edelschild-Gebet. Nimm es. Es ist super-awesome und es glänzt. Wie Edelschild, aber es glänzt. Oh, wie groß ist das, Köhler? Oh, du hast ein Festungsschild, Scrubs. Das ist super-awesome. Guck mal. Wir haben eine Träne gefunden. Das ist immer gut. Zu viel Gold. Zu viel Kristall. Das ist super-awesome. Und Mana-Persions. Nimm ihn. Ich bin voll mit Mana. Oh, wir haben 6 von 6. Jetzt passiert was. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Kampfaufladungsschaden erhöht. Ich weiß es nicht. Scruby, den Poschen brauchst du nicht? Ich hab... voll, voll, voll. Ich auch, Scruby. Spiels einmal sehr einfach. Aha. Aha! Hier geht's tatsächlich noch weiter. You guys. Hast du auch drei Wiederbelegungs-Diener? Ich hab zwei. Dachte ich mir. Scruby. Warte, ich krieg noch mehr Sertweilen. Aha. Jetzt gibt es wieder Gargoyle. In den armen, schönen, glitzernden Schätzen. Ich hab das Rätsel schon gelöst. Wo ist der Gargoyle? Bei den Gargoyle hab ich nämlich den Schuss abgegeben, dass was explodiert ist. Ach, jetzt hätte man da so weit wieder zurücklaufen sollen. Maybe. Vielleicht gibt's noch einen Gargoyle. Du hast ihn doch von da gesehen, oder? Das ist der Gargoyle. Naja. Obwohl sie haben wir schon gelöst. Okay. Oh, da geht's. Der Mann ist wohl nicht ohne Grund tot, wenn er so useless Info hat. Oh, guys. You guys are sure, dass du problematischer solle Passage bist. Hier legger ist der Dark. Oh, wie ich hier rumlege, ne? Glaubst du gar nicht? Ach, nee. Muss das sein? Ein Spinnenauge. Was ist das, wofür ich es hielt? Wenn du das für ein riesiges Auge gehalten hast, ja. Das Auge von Kirok. Denkst du, es hat uns gesehen? Das war ein riesiges Auge. Was glaubst du wohl? Ich glaub, sie hat sich verdauern. Das hat uns ja niemals. Wann sie rufen jetzt um Hilfe? Was sammelt du denn da aus, Gabriel? Eiltränke. Ich hatte keinen, ne? Nice. Wo ist denn die verbraucht? No clue. Jetzt bist du voll, voll, voll. Außer Potions. Äh, Wiederbelebungs-Potions. Also, elf bin ich auf 75%. Zwei Schrieger-Dauen. Hier war ein Fall. Hier war ein Fallschluss. Das Gesin, der Wandschuss. Aha. Der Mann ist tot. Ah, da. Und dann. Easy peasy. Ich bin schade, dass die Schilde kaputt gehen mit der Zeit. Ach, das ist gut. Dafür gibt es immer krassere Schilde. Ich höre schon wieder was. Irgendwie cool. Ach, ja. Ich war im Stun-Lock. Ich war im Stun-Lock. Warte, ich drücke gleich. Das ist so traurig. Du kannst nicht mehr, nicht mehr spellen. Ich bin reingecharged. Okay, nächstes Mal kannst du ja... Kann ich eigentlich on the fly in diesem Spiel, Jime? Ich habe keine Idee, Skrill. Wir müssen es riskieren. Warte mal. Ich glaube nicht. Warte mal. Wir müssen... Einen sicheren Save abwarten. Das kann ja nicht mehr weit sein. Wo ein neues Kapitel anfängt. Also nicht ein neues Kapitel, sondern so ein neuer Unterobstück. Wo ein neues Kapitel, sondern so ein neues Kapitel. Okay, das ist die Lauf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. ich übernimm die Bogenlösen, 1, Nummer 2, ok du kannst ja vorlaufen dann kann ich von hier schon feuern und du versuchst zu kiten bis hierher dann sehen wir ob du dein Spell brauchst du gleich selbst wieder raus? per my aim ganz kurz sind es so schnell oh god, hey you guys, breitmann zum liften einer ist down hinter dir äh hinter mir ist es? hä? 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 hallo? dieser Schwerdeckertyp lebt der noch die ganze Zeit? ja 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 ja